Herzlich willkommen in dieser Woche, nicht nur in einer neuen Woche, sondern auch in einem neuen Monat, in einem neuen Quartal, in einem neuen Halbjahr mit Wea Self-Invest und Fit for Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Roland Jegen wird auch dabei sein. Wir schauen auf die Tops und Flops der Vorwoche und das, was der Markt uns heute schon an Volatilität für die neue Woche mitgibt. Bis gleich. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen zusammen. Ja, was für ein Börsenausblick. Man denkt ja, wenn man sich die Index-Schlusskurse anschaut, da ist gar nicht viel passiert. Der DAX minimal im Plus, die US-Indizes alle minimal im Minus. Aber unterhalb dieser Grenze unter dem Deckmantel hatten wir Intraday schon extremste Schwankungen, wa? Ja, in der Tat, die Märkte sind volatil. Ja, zu Beginn der Woche erfreuliche Anzeichen an den Börsen. Die Anleger scheinen insbesondere hier in Europa so ein bisschen erleichtert zu sein, auch nach der Frankreich-Wahl. Von daher gibt es Aufschläge im Eurostox, im DAX und insbesondere natürlich auch im Cacarant. Aber die Märkte kamen jetzt in den letzten anderthalb Handelstunden auch wieder stark zurück entsprechend. Von daher schauen wir gerne auf das große Bild und auch, was sich Intraday in den kleineren Zeiteinhalten getan hat. Ja, das ist tatsächlich eher immer so eine Momentaufnahme. Wenn man dranschaut, nach einer Stunde kann es schon ganz anders aussehen. Beginnen wir gern mit dem DAX, der am Morgen tatsächlich die Hochs aus den letzten zwei Handelswochen rausgenommen hat. Und er stand in der Kasse bei 18.460, im Future sogar um die 18.500. Genau, hier zunächst der Kassarant, also das CFD. Der DAX hat den Ausbruch versucht auf der Oberseite aus dieser sehr engen Konsolidierungsrange, die uns die letzten zwei Wochen begleitet hat, zwischen dem 100-Tage-Durchschnitt auf der Unterseite und dem 50-Tage-Durchschnitt auf der Oberseite. Hier ist er fast punktgenau. Du hast es angesprochen, 18.460 an diese absteigende Trendlinie herangelaufen. Wenn man die Hochs oder insbesondere dann auch die Eröffnungen oder Schlusskurse hier verbindet und die Hochs hier mal rauslässt, sind wir wirklich bis auf wenige Punkte herangelaufen an diese absteigende Trendlinie. Und die gilt es im großen Zeitfenster dann entsprechend auch zu brechen, um auf der Oberseite dann nochmal das entsprechende Momentum auch zu erlangen. Im Future sieht man entsprechend die höheren Kurse. Dort sind wir weiterhin auch innerhalb der Value Area des aktuellen Jahres. Dort haben wir ziemlich genau das gleiche Kursniveau dann auch auf Basis dieser Trendlinie, die uns hier begleitet. Entsprechend auf Tages- Schlusskursbasis würde man sich wünschen, dass man darüber einmal schließt. Dann wäre vielleicht auch der Weg frei zu höheren Kursniveaus. Wenn man sich die Woche anschaut, in der letzten Woche hat sich nicht viel getan. Das haben wir am Freitag auch schon gesehen. Es war eine seitwärts gerichtete Konsolidierungswoche. Diese Woche hat zunächst jetzt erfreulich gestartet mit dem Auspruchsversuch hier über die Vorwochen Hochs. Aber letztendlich kam der Markt wieder stark zurück und konsolidiert. Aber weiterhin im Vergleich zur letzten Woche hier auf hohem Niveau möchte man sagen, ich habe hier mal die 18.460, 18.465 eingezeichnet als erste wichtige Unterstützung auf der Unterseite. Und die haben wir jetzt auch in der letzten halben Stunde fast punktgenau getestet. Von daher muss man mal schauen, ob diese im weiteren Handelsverlauf ja auch hält entsprechend. Wir haben zumindest eine Reaktion gesehen in diesem Bereich. Also das Gap ist ja auch nicht komplett geschlossen worden. Der Markt versucht sich hier zu rappeln und hat eine Gegenbewegung gezeigt. Und ja, über 18.500 hier im Future, denke ich, sieht das Bild weiterhin auch für den Tagesverlauf positiv aus. Ja, es ist ja normal, dass zu einem neuen Monatsstart dann auch mal ein bisschen mehr Volatilität ist, weil ja auch neue Marktteilnehmer hinzukommen. Und mal manche vielleicht sagen, okay, das letzte Quartal ist ganz gut gelaufen. Wenn man das aufs gesamte Halbjahr bezieht, aufs erste Halbjahr. Und da haben wir uns ja am Freitag auch Gedanken über die DAX-Tops und Flops gemacht. Im Kanal sieht man das Video jetzt auch noch einmal im Nachgang. Da muss man feststellen, fast 9% Performance im DAX in diesem ersten Halbjahr. Das ist ja eine durchschnittliche Ganzjahresperformance. Ja, in der Tat, sehr positive Renditen. Im DAX ist es schon sehr erfreulich mit 9%. In den USA, Nasdaq und auch S&P noch stärker entsprechend deutlich über 10% zugewinnen. Von daher, es war eigentlich ein sehr erfolgreiches Börsenhalbjahr 2024 bisher. Von daher muss man schauen, was da noch kommen kann, wenn eigentlich die durchschnittlichen Jahresziele jetzt schon im ersten Halbjahr erreicht worden sind in den großen Indizes. Auf jeden Fall startet das zweite Börsenhalbjahr oder auch das neue Quartal, die neue Woche erst einmal positiv. Und da muss man schauen, ob hier wirklich Anschlusskäufe folgen, um auch weiter diese Rekorde, die wir im ersten Halbjahr gesehen haben, viele Allzeithochs in Aktienindizes und auch in vielen Einzelwerten, dann hier auch weiter folgen können. Ja, du hast den Kackerauend angesprochen. Vielleicht können wir uns den anschauen. Der war an eine mittelfristige Unterstützung herangelaufen. Wie hat der denn heute das neue Quartal eröffnet? Ja, der hat sehr positiv reagiert. Er hatte jetzt zweimal dieses Unterstützungsniveau bei ca. 7.460, 7.470 hier getestet. Am Freitag nochmal Schwäche gezeigt und dieses Kursniveau nochmal angelaufen. Und jetzt sieht man auch hier das Aufwärtsgap entsprechend eine sehr starke Bewegung. Also Intraday war der Markt auch sehr, sehr volatil. Man war zwischenzeitlich auch heute Nacht schon mal an die 7.700 wieder herangelaufen, kam aber jetzt auch schon wieder ca. 100 Punkte zurück. Also der Markt ist aktuell wirklich in der Tat sehr volatil und vielleicht sogar Intraday dann auch sehr gut in den kleinen Zeiteinheiten handelbar. Ja, und den Euro-S-Dollar in dem Zusammenhang schauen wir uns natürlich auch gern an, denn der ging ein Stück nach oben und hat damit das Dreieck weiterhin uns erhalten. Ganz genau. Ist fast wieder in die Mitte hier auch dieser Range und dieses Dreiecks zurückgelaufen, nachdem er doch in der letzten oder auch schon in der vorletzten Woche hier Schwäche gezeigt hat und im Bereich von 1.07 hier konsolidiert hat. Und es sah vielleicht eher nach einem möglichen Ausbruchsversuch auf der Unterseite aus. Aber ja, der wurde jetzt zur Dichte gemacht. Man ist wieder zurückgelaufen, ziemlich genau in die Mitte der Range. Die kleinen Durchschnitte liegen hier alle sehr, sehr nah beieinander, sind als neutral zu werten. Und jetzt muss man schauen, ob diese auch überwunden werden können. Über 1.08 könnte dann wieder die obere Dreiecksbegrenzung hier als Ziel angelaufen werden. Kommen wir zu den US-Märkten. Der Nasdaq, ich sagte schon leichtes Minus, also fast unverändert auf Wochensicht. Aber da gab es am Freitag nochmal einen sehr starken Tag, nachdem die Verbraucherdaten aus den USA, Uni, Michigan durchaus höher waren als die Schätzungen, ist man stark in den Markt reingekommen und hat so eine Art Squeeze gesehen und erstmalig in der Geschichte in der Kasse zumindest die 20.000 im Nasdaq rausgenommen kurzzeitig. Im Future war es kein neues Allzeithoch. Nein, im Future war es kein neues Allzeithoch. Das haben wir ja schon am 20.06. hier ausgebildet, entsprechend kurz nach dem Rollover auf den September-Kontrakt. Aber in der Kasse war man in der Tat kurzzeitig hier auf neuen Rekordtours. Kam dann aber auch wieder stark zurück und das sieht man auch in den kleineren Zeiteinheiten sehr, sehr schön. Es war insgesamt eine Konsolidierungswoche, muss man sagen. Im Future hat man die Vorwochenhochs nicht rausnehmen können. Sehr, sehr viel Volumen hier in der Mitte der Range ausgebildet und dann doch nochmal deutliche Schwäche gezeigt, auch in den letzten Handelsstunden entsprechend. Also man konnte diese hohen Niveaus nicht halten, ist dann um mehr als 200 Punkte hier auch zurückgekommen entsprechend in den letzten Handelsstunden und befindet sich aktuell weiterhin auch ziemlich genau in der Mitte der Vorwochen-Range. Und da könnte sich dann vielleicht auch ein Ausbruchsszenario herauskristallisieren für die nächsten Handelstage über 20.075. Hier im Future wäre der Weg wieder frei zu deutlich höheren Kursniveaus unter 19.875. Also ist hier so eine Range von ca. 200 Punkten, die uns hier begleitet, sähe das Bild relativ negativ aus. Ja und die Volatilität, die ist auch intraday sehr hoch, auch vorbörsig. Wenn wir heute mal reinschauen, müssen es ja rund 100 Punkte Schwankung schon gewesen sein, während in Amerika immer noch Nacht herrscht. Ja, in der Tat ist die Volatilität hier auch vorbörsig vorhanden und der Future ist auch sehr liquide, den kann man ja auch rund um die Uhr fast handeln mit einer Stunde Unterbrechung. Und ja, auch zu unseren Handelszeiten muss man sich vielleicht nicht nur auf DAX oder Euro-Stocks konzentrieren, sondern kann sehr gut auch die US-Indizes vielleicht in den Micro-Futures handeln. Ja und auch beide Aktien analysieren wir, also auch deutsche Aktien schauen wir uns nachher gleich mit an, den Dow Jones als den Light Index, den USA als den, wo auch die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung repräsentiert sind, bis auf vielleicht Nvidia, aber die schauen wir uns nachher mal an, die soll ja vielleicht auch in Dow Jones kommen. Da bremst noch ein bisschen eine Abwärtstrendlinie vor neuen Allzeithochs. Ganz genau, hier im Dow Jones, wenn man sich den Future anschaut, sind wir in der vorletzten Woche ja schon herangelaufen entsprechend an diese Hochskammel in der letzten Woche zurück und haben da konsolidiert, aber weiterhin auch auf vergleichsweise hohen Kursniveaus im Bereich von 39.500 und diese Hürde von ca. 39.900, die sollte man dann überwinden, um dann auch Richtung 40.000 und Allzeithochs hier zu handeln. Ja, nach der Verschnaufpause in der letzten Woche muss man schauen, ob der Dow Jones hier auch nochmal diesen Ausbruchsversuch auf der Oberseite wagen kann. Entsprechend hat die letzte Woche ja auch stark gestartet, kam dann zurück und hat dann eher konsolidiert entsprechend. Und ja, der Markt sollte nicht unter die 39.450 zurückfallen, weil dann sähe das Bild wieder deutlich negativer aus und man müsste auch etwas weiter rauszoomen, um vielleicht hier Unterstützung im Bereich der vorletzten Woche zu finden. Aber ansonsten über 39.450 sieht das Bild durchaus erst einmal neutral aus und wird dann so richtig positiv über 39.770. Ja, da gibt es auch einige Unternehmen, die stark gebremst haben zu den Tops und Flops kommen wir gleich. Vorher noch der Blick auf den Bitcoin in den letzten Wochen eher weniger passiert. Aber wenn man jetzt genauer reinschaut mit der Stabilisierung, jetzt wieder über der 63.000 könnte die Range auf der Unterseite ihren Boden wieder einmal gefunden haben und wir laufen zu 70.000 hin. Was meinst du? Ja, ganz klar. Vielleicht haben wir in der letzten Woche in der Tat ihren Boden ausgebildet. Der Markt hatte in der letzten Woche zunächst deutliche Schwäche gezeigt, konnte aber dann die Woche letztendlich sich überbrappeln, auch wenn er am Freitag auch nochmal abgegeben hat. Aber die Woche startet sehr erfreulich hier mit deutlichen Aufschlägen, hier auch im Future, wie wir das sehen. Und ich denke auch, über 63.000 oder 62.500 sieht das Bild wieder wesentlich positiver aus. Und dann kann man perspektivisch dann, denke ich, vielleicht auch nochmal Richtung 70.000 schielen. Da muss man wirklich in dieser Woche jetzt schauen, ob das die Tiefs waren in der letzten Woche, zumindest kurz- bis mittelfristig. Und hier man vielleicht jetzt diesen Rücksetzer, den wir jetzt auch sehen, dann nutzen kann, um hier auf einen weiteren Aufwärtsimpuls zu spekulieren. Ja, damit sind wir auch bei den Aktien angelangt. Du hast uns die Tops und Flops der letzten Woche einmal übersichtlich aufgereiht. Ja, Dow Jones war es wirklich 50-50, 15. Einzelwerte haben die Woche im Plus abgeschlossen. 15 waren im Minus auf der Gewinnerseite zu nennen. Denn die United Health Group als Gewinner der Woche, in der vorletzten Woche war die Aktie noch auf Platz 30 entsprechend. Also vom letzten auf den ersten Platz hat man hier die Umkehr geschafft. Eine Salesforce war auch sehr, sehr stark mit knapp 5% zu gewinnen, ähnlich wie eine Boeing. Hier auch mit deutlichen Zuschlägen auf der Verliererseite zu nennen. Eine Visa, eine Merck & Co. Und die Nike hat nach den Quartalszahlen dann sehr deutlich abgegeben. Und auf Wochen war das hier mehr als 20% Minus erzielt. Im Nasdaq 100 war es auch ein gemischtes Bild. Nur 43 Einzelwerte haben die Woche im Plus abgeschlossen. 57 und damit die Mehrheit war im Minus. Starten wir hier vielleicht mit den Verlierern. Eine Constellation Energy kam deutlich unter Druck, ähnlich wie eine Moderna. Und das Schlusslicht der letzten Woche war die Walcreens Boots Alliance, auch mit Abgaben von mehr als 20%. Auf der Gewinnerseite die Atlassian Corporation, die MongoDB. Und der Gewinner der Vorwoche war die Datadoc mit plus 10,3%. Und ja, vielleicht auch noch eine Tesla hier zu nennen, die auch deutlich zugelegt hat, es nicht unter die Tops geschafft hat, aber mit 8% auch sehr, sehr gut dastand. Ähnlich wie der Energiesektor, der auch gänzlich im Plus war. United Health haben wir angesprochen. Die Bankenwerte waren auch durchweg positiv. Ansonsten sehen wir hier ein gemischtes Bild. Insbesondere bei den Chip-Herstellern ist der eine oder andere dann doch unter Druck geraten im Verlauf der letzten Woche. Dann lass uns bei den negativen Werten wie einer Walgreens oder fangen wir auch mit einer Nike an, auch negativer Wert, ganz klar. Wall Street Verlierer, das müsste ein neues Mehrjahrestief sein. Und Nike wächst im Grunde genommen gar nicht mehr, ist aber immer noch der Marktführer. Andere Aktien aus dem Bereich sind viel, 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 viel besser gelaufen. Was läuft da schief? Ist es nur das hohe Lager, was immer noch lähmt? Oder wollen die Leute weniger Sport machen? Also auf jeden Fall einer der Gründe, dass man immer noch nicht die Lagerbestände gänzlich abbauen konnte. Die Aktie ist ja wirklich seit ca. knapp zwei Jahren in dieser Range zwischen 90 Dollar auf der Unterseite, 130 Dollar auf der Oberseite. Und letztendlich kam jetzt der Ausbruch zu den Zahlen. Man hat auch gleich noch das Tief des Jahres 2022 hier rausgenommen bei ca. 82,5 Dollar. Und es sind jetzt in der Tat mehr Jahrestiefs. Man muss jetzt schon auf das Corona-Tief hier schielen, das bei etwas mehr als 60 Dollar ausgebildet worden ist, dann Anfang 2020. Das wäre charttechnisch die nächste Unterstützung hier auf der Unterseite. Bis dahin ist da natürlich auch einiges an Raum gegeben. Jetzt muss man schauen, ob sich die Aktie vielleicht schon hier im Bereich von 75 Dollar stabilisieren kann und zumindest mal eine kleine Gegenbewegung einleitet, vielleicht bis zu den Tiefs des Jahres 2022. Auf jeden Fall der Druck ganz klar ist auf der Unterseite vorhanden. Hier sollte man nicht zu stark jetzt versuchen, ins fallende Messer zu greifen, sondern da kann es einige Zeit dauern, bis das Ganze hier aufgearbeitet worden ist und hier vielleicht charttechnisch sich auch Einstiegssignale ausbilden. Ja, der Nettogewinn lag tatsächlich über den Erwartungen und hatte über eine Milliarde in die Kassen gespült. Aber das half nicht, wenn der Umsatz nämlich nach hinten geht und wenn man auch so richtig keine neuen Idee hat, also die Jordan Airs und so weiter in der 13, 14, 15 Generation aufleben zu lassen, das reicht eben nicht. Das reicht in der Tat hier nicht, insbesondere auch für die Anleger. Da wünscht man sich dann auch irgendwas Innovatives, Neues und ja, da muss sich Nike jetzt schon Gedanken machen, was man da vielleicht auch fürs zweite Halbjahr 2024 plant. Ja, auf diese Weise und mit diesen Zahlen kann man auf jeden Fall die Investoren und Anleger hier zumindest langfristig nicht überzeugen. Das stimmt, ja. Vor allem die Konkurrenz, wie zum Beispiel eine Adidas, die ja seit November sich mehr als verdoppelt hat, die rennt dann eben Nike davon und holt hier Marktanteile ab. Bei der Fußball-EM können wir uns ja dann, wenn es in Richtung Halbfinale und Finale geht, auch wieder darüber auseinandersetzen, ob Nike vielleicht da als Sponsor mit auf den Trikots ist. Ganz genau, das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Impuls, wenn es da wirklich ins Halb oder ins Finale geht und man da auch breitflächig nochmal Merchandise absetzen kann, vielleicht sogar mit dem Weltmeister, wie wir das gesehen haben, entsprechend bei der letzten WM. Von daher, ja, wir schauen gespannt auch weiter auf die Nike-Aktie und ob das vielleicht zumindest kurzfristigen Tief hier darstellt im Bereich von 75 Dollar. Ja, die andere sehr, sehr negative Aktie ist die Walgreens Boots Allianz. Man hat zwar überlegt, ob man da auch ein paar Läden wieder ausklammert. Also es ist ja die Allianz quasi geworden zwischen Walgreens, der Apothekerkette und eben Boots. Und da hat man sich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, schließt per Saldo auch schon einige Läden. Jetzt in diesem Quartal kommt mit Umsätzen nicht richtig hinterher. Der Gewinn schmilzt dahin und die Aktie droht jetzt sogar aus dem Nestec 100 herausgelöst zu werden. Ganz genau, die Aktie ist ja jetzt wirklich seit mehreren Jahren hier im Abwärtstrend. Jede Gegenbewegung wurde deutlich abverkauft und jetzt sehen wir hier entsprechend wieder neue Tiefs im Bereich von, ja, wir waren so ganz kurzfristig unter der 12-Dollar-Marke hier am Donnerstag und wirklich sehr, sehr niedrige Kursniveaus. Auch sehr, sehr hohes Volumen, das hier gehandelt worden ist am Donnerstag und auch nochmal am Freitag. Mal schauen, vielleicht ist das zumindest mal kurzfristig nochmal eine mögliche Gegenbewegung hier möglich. Aber weiterhin ganz klar keine Aktie, um einen Swing Trade oder Ähnliches hier auszuüben, weil das Chartbild ist weiterhin sehr, sehr negativ. Ja, der Nettogewinn hat sich zwar verdreifacht, aber die Umsätze sind gewachsen ganz gering, 2,6 Prozent. Also das ist einfach zu wenig. Und die Aktie fliegt ja schon aus dem Dow Jones raus. Wenn sie auch noch aus dem Nestec rausfliegt, dann ist ja die Aufmerksamkeit nicht mehr so breit wie vorher. Und dann ist es oftmals so, dass so eine Aktie fast schon in Vergessenheit gerät. Ganz genau, die institutionellen Anleger, die entfernen sich natürlich auch von den Aktien. Sie sind keinen großen Fonds, ETFs mehr gelistet. Von daher von dieser Seite lässt dann auch das Interesse ganz stark nach und kann durchaus für weiteren Druck auch in der Aktie dann führen. Von daher muss man schauen, ob man da vielleicht noch die Trendwende schafft und nicht direkt aus beiden Indizes rausfliegt. Auf jeden Fall, ja, das Bild weiterhin sehr, sehr negativ. Man hat da übrigens nicht das Thema erst passiert in den USA und dann Europa, sondern diesmal ist es erst in Europa basiert und dann in den USA. Die Online-Apotheken, die machen es natürlich auch den stationären Apotheken wie Walgreens sehr, sehr schwer und nehmen viele Umsätze einfach weg. Ja, ganz genau. Das Phänomen, das sehen wir schon seit mehreren Jahren hier in Europa. Und ja, das schlägt jetzt auch so richtig auch in den USA durch. Genau. Damit fast schon eng verbunden ist die Moderna. Da hatten wir auch über eine Bodenbildung und vielleicht auch einen Reversal-Kandidaten für dieses Jahr gesprochen. Jetzt kommt die Aktie wieder 10% zurück. Und das Szenario, ja, das ist an dieser Zone, die du eingezeichnet hast, bei 116 US-Dollar am Wackeln. Ganz genau. Also das erste positive Szenario ist auf jeden Fall gescheitert. Man konnte die 130-Dollar-Marke nicht halten. Jetzt das zweite positive Szenario wäre, dass man zumindest die 116-Dollar-Marke hier halten kann. Das waren auch die alten Hochs, die uns hier zu Jahresbeginn beschäftigt haben und wo es wirklich mehrere Monate gedauert hat, bis man ausgebrochen ist. Man hatte hier eigentlich schon den Retest gehabt in diesem Bereich. Jetzt fällt man nochmal zurück. Von daher die Aktie doch jetzt deutlich unter Druck geraten in den letzten Wochen. Aber immer noch im mittelfristigen Aufwärtstrend. Das muss man sagen. Man hat ja da den Turnaround geschafft. Der 50 ist immer noch über dem 200-Tage-Durchschnitt. Von daher vielleicht kann der 100-Tage-Durchschnitt und diese vormaligen Widerstände jetzt hier eine Unterstützung bieten. Auf jeden Fall eine interessante Aktie. Zumindest um vielleicht einen kurzfristigen Trade in dieser Woche zu initiieren, sollten wir hier Kaufinteresse im Bereich von 116, 117 Dollar sehen. Von daher gerne mal für diese Woche auf die Watchlist legen. Und dann sollte man vielleicht in kleinen Zeiteinheiten hier auch Kaufinteresse sehen. Vielleicht mal zumindest eine kleine Position in den Wert hineinlegen. Ja, das denke ich mir auch bei vielen Aktien, wo ich die Produkte selber nutze, wie zum Beispiel auch die Visa-Card. Aber Visa kam auch ein bisschen unter die Räder im Dow Jones in der letzten Woche. Als langfristiges Investment ist die Firma bekannt. Wer jetzt fünf Jahre die Aktie hatte, liegt bei rund 60 Prozent. Aber so richtig in diesem Jahr nimmt sie keine Fahrt auf. Nein, sie hat zwar stark das Jahr gestartet entsprechend hier mit einem starken Aufwärtsimpuls, aber kam fast genauso stark jetzt wieder zurück. Hat am Freitag hier auch erstmals in diesem Jahr den 200-Tage-Durchschnitt getestet. Von daher darf man gespannt sein, ob hier vielleicht auch eine Gegenbewegung folgt. Ob heute oder in den nächsten Handelstagen Kaufinteresse im Bereich dieser wichtigen Unterstützung bei ca. 262, 263 Dollar hier aufkommt, nachdem jetzt doch seit knapp drei Monaten hier eine Schwächephase herrscht in dieser Aktie. Es dürfte spannend sein, ob diese kleine Unterstützung hier zu einem Kaufinteresse im Verlauf dieser Woche führt. Ja, wunderbar ging es nach oben für United Health Group. Die Aktie war ja in einigen Wochen in diesem Jahr schon deutlich unter Druck geraten. Und jetzt kommt so ein bisschen neue Fantasie auf. Da geht es ja um einen Krankenversicherer letzten Endes, einen der großen Versicherer in den USA. Wenn man nämlich die Wahl beobachtet in den USA letzte Woche, das erste Rededuell zwischen Joe Biden, dem amtierenden Präsidenten und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Und die haben ja beide unterschiedliche Einstellungen zur Krankenversicherung. Ganz genau. Von daher darf man da schon gespannt sein, wer der nächste Präsident wird. Das könnte die Aktie auch groß in die eine oder andere Richtung bewegen. Und ja, das ist vielleicht auch nötig in diesem Jahr, weil wir sind weiterhin in einer großen Konsolidierungsphase schon im letzten Jahr gewesen. Und das hat sich in diesem Jahr jetzt weiter fortgesetzt, nachdem die Aktie einen sehr starken Run hatte seit den Corona-Tiefs. Und deutliche Aufschlägen über zweieinhalb, drei Jahre und dann die große Seitwärtskonsolidierung. Und man hat zwar zugelegt in der letzten Woche, aber ist letztendlich immer noch innerhalb dieser Range hier anzuordnen. Die 480-Dollar-Marke ist weiterhin die wichtige Unterstützung, die es zu halten gilt. Über 525 Dollar, der Weg vielleicht frei zu den alten Hochs hier bei ca. 555, 560 Dollar. Und darüber wäre das Bild dann deutlich positiv zu werten mit neuen Hochs. Aber aktuell ist weiterhin hier Range-Trading angesagt in der Aktie. Ja, und wenn einmal eine Aktie dann Wiederfahrt aufnimmt, kann auch eine ursprüngliche Bewegung revidiert werden. Das sehen wir so ein Stück weit bei Salesforce, denn nach den Quartalszahlen, die eigentlich okay waren, bloß eben eine Abschwächung von der Dynamik zeigten. Aber trotzdem weiteres Wachstum ist ja die Salesforce-Aktie stark unter Druck geraten. Und schafft es jetzt fast wieder, das Gap aufzuholen. Ganz genau, man hat schon einen Großteil des Gaps geschlossen, ist aber jetzt auch an einem markanten Niveau hier angekommen. Also in dieser Woche wäre ich eher vorsichtig in der Salesforce auf der Oberseite. Sondern hier könnten doch jetzt Gewinnmitnahmen eingeläutet werden nach diesem Run. Man ist jetzt im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und auch des 50-Tage-Durchschnitts, der hier Tag für Tag nach unten zieht, aktuell angekommen. Von daher, wer diesen Run hier mitgenommen hat, nimmt vielleicht im Verlauf dieser Woche dann doch hier gewisse Gewinne mit. Dann ist vielleicht zumindest eine kleine Konsolidierung angesagt, bevor vielleicht ein neuer Anlauf Richtung Gap Close hier genommen wird. Die Aktie hat auf jeden Fall stark performt nach dieser großen Schwäche und dem Gap hier nach den Zahlen. Und jetzt muss man einfach schauen, ob mehr draus werden kann oder ob diese starke Gegenbewegung jetzt zumindest kurzfristig erst einmal ein Ende findet. Ja, lass uns nochmal in den Technologiesektor eintauchen mit einer NVIDIA. Auch da war das Thema letzte Woche Konsolidierung. Wie weit geht sie? Wann kann man vielleicht schon wieder aufspringen? Das sieht jetzt noch nicht so aus, als ob die Aktie direkt in den nächsten Tagen neue Allzeithochs anläuft, oder? Nein, nicht wirklich. In der letzten Woche war diese Marke von 125 Dollar jetzt eher so als Widerstand zu werten. Da ist man mehrmals Intraday drüber gelaufen entsprechend, kam aber zum Tagesschluss immer wieder zurück. Und jetzt sieht es eher schwach aus, als könnte vielleicht hier auch noch eine etwas größere Konsolidierung von Nöten sein entsprechend. Man ist jetzt unter dem 20-Tage-Durchschnitt, der ja auch in diesem Jahr das eine oder andere Mal recht wichtig war in NVIDIA. Das nächste wichtige Unterstützungsniveau liegt, denke ich, so im Bereich von 115 Dollar. Und vielleicht gibt die Aktie noch ab bis in diesem Bereich. Und dann sicherlich der 50-Tage-Durchschnitt, der aktuell noch bei 105 Dollar quotiert. Also nicht unbedingt ein Kaufkandidat für diese Woche. Erst über 126, 127 Dollar wäre vielleicht der Weg frei Richtung Allzeithochs. Aber ansonsten bildet sich vielleicht eine Konsolidierungsrange zwischen 115 und 125 Dollar. Und vielleicht auch mit einem kleinen Fehlausbruch auf der Unterseite, wie wir das ja auch schon gesehen haben zu Beginn des Jahres im April entsprechend. Als wir auch eine Range ausgebildet haben, dann gab es einen Fehlausbruch auf der Unterseite. Und dann hat die Aktie noch mal Fahrt aufgenommen. Vielleicht gibt es ja ein ähnliches Szenario auch in den kommenden Wochen und Monaten. Apropos Fahrt aufgenommen. Du hast die Tesla am Anfang erwähnt, 8 Prozent in dieser Woche, also in der vergangenen Woche. Das war schon ordentlich, aber die war davor auch kaum mit einer Bewegung im Chart zu vermerken. Ganz genau. Die Aktie war ja eigentlich sehr, sehr schwach im Abwärtstrend eigentlich seit Beginn 2022. Man ist ja auch im letzten Jahr oder zu Beginn dieses Jahres dann ausgebrochen aus diesem großen Dreieck, hatte deutliche Abschläge zu verzeichnen. Aber konnte sich in den letzten Wochen jetzt zumindest stabilisieren hier erst die Konsolidierung hier zwischen 170 und 190 Dollar. Und da hat man noch mal zugelegt in der letzten Woche. Jetzt ist man fast punktgenau in den 200-Tage-Durchschnitt herangelaufen. Und die vormaligen Tiefs, die uns auch hier beschäftigt haben bei ca. 205 Dollar. Von daher, da ist es ja eigentlich ähnlich wie in der Sales Force, dass man vielleicht in dieser Woche im Bereich von 205 Dollar hier auch mit Gewinnmitnahmen rechnen kann. Erst darüber über den 200-Tage-Durchschnitt, der aber aktuell noch abwärtsgerichtet ist, wäre der Weg frei zu höheren Großniveaus. Aber ich denke, vielleicht braucht die Aktie in dieser Woche auch nochmal eine kleine Verschnaufpause, bevor dann der Ausbruchsversuch gewagt wird. Und 50- und 100-Tage-Durchschnitt sind leicht aufwärtsgerichtet, ziehen hier jeden Tag nach, aber brauchen auch noch einige Tage, bis sie vielleicht hier als Unterstützung fungieren können. Und in dieser Woche haben wir auch noch den Feiertag am Donnerstag. Von daher sind nur vier Handelstage in den Aktien. Von daher wäre ich in der Tesla in dieser Woche nicht so aggressiv auf der Long-Seite, sondern würde eher Gewinne mitnehmen oder auf eine kurzfristige Gegenreaktion spekulieren und dann erst auf den nächsten Impuls. Ja, die Verkaufszahlen in Q2 waren ja nicht so toll bei Tesla, aber die Fantasie mit Robotern ist ja auch noch da. Das Thema hatten wir die ganzen letzten Wochen gar nicht mehr aufgegriffen, außer einer hat es aufgegriffen von JP Morgan Bank, ein Analyst, der sagte, das wird das nächste große Ding und da kann Tesla damit punkten. Denn mit den Autos, naja, sind wir mal ehrlich, der Cybertruck in Europa wird keine Zukunft haben wegen Zulassungsdefiziten nach unseren Regeln. Und in den USA gab es allein in Juni zwei Rückrufaktionen, einmal wegen der Ladeklappe und einmal wegen einem Scheibenwischer. Das kann man nicht per Software regeln, da muss man zurück in die Fabrik. Genau, also der Cybertruck war wahrscheinlich nicht das Blockbuster-Modell. Und viele warten natürlich schon auf die günstigere Variante, auf das Einstiegsmodell entsprechend, was aber erst vermutlich im nächsten Jahr dann kommen wird, vermutlich sogar erst Mitte des nächsten Jahres. Von daher bis dahin ist es noch eine lange Zeit, die es zu überbrücken gilt, auch in der Aktie. Und ja, man versucht sich zu stabilisieren und wartet dann vielleicht auch auf die nächsten Impulse, insbesondere was die Innovationen anbelangt und was da auch neue Modelle anbelangt. Apropos Innovationen-Revian hatten wir ja schon fast abgeschrieben, denn tatsächlich im letzten Quartalsbericht gab es mehr Minus als Umsatz. Also das muss man auch erst mal schaffen. Ein bisschen ironisch gesagt, als Betriebswirt darf ich das. Und jetzt der Aufschlag nach oben, der kam daher, dass Volkswagen sich hier mit mehreren Milliarden beteiligen möchte und Interesse an der Software hat. Ganz genau. Und die Aktie, ja, die ist ja jetzt seit mehreren Jahren hier im Abwärtstrend entsprechend und zeigt jetzt mit dem Gap in der letzten Woche eine deutliche Gegenreaktion, aber es ist weiterhin nur eine Gegenreaktion im bestehenden Abwärtstrend. Wir haben den 200-Tage-Durchschnitt entsprechend kurzzeitig Intraday überschritten, aber sind dann auch wieder zurückgefallen in den Folgetagen. Von daher, das ist weiterhin ein sehr wichtiger Widerstandsbereich bei ca. 15 Dollar. Jetzt kam mal wieder zurück, vielleicht testen wir nochmal die Ausbruchsniveaus bei ca. 12 Dollar und ja, dann perspektivisch auch natürlich ein Kandidat für eine Umkehr, insbesondere mit dem frischen Geld von VW. Da sollen ja dann mittelfristig mehr als 5 Milliarden auch investiert werden in der ersten Tranche, eine Milliarde und dann kommt immer mehr. Man will ja einen Joint Venture gründen entsprechend. Von daher, ja, sieht die Perspektive von dieser Seite ja durchaus positiv aus, wenn man so mit so einem starken Partner dann auch zusammenarbeiten kann. Und natürlich hier das frische Geld, das hilft natürlich Rivieren, weil man ja immer noch hochdefizitär ist und da ist natürlich frisches Kapital sehr, sehr wichtig. Also man hat natürlich jetzt große Anteilseigner. Amazon ist ja auch noch mit an Bord. Und wenn man jetzt das Joint Venture mit VW hat, muss man natürlich nicht befürchten, dass Rivieren hier pleite geht. Und vielleicht gelingt der Aktie dann auch vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2024 hier der Turnaround. Und man kann vielleicht nach einem Rücklauf dann auch nochmal hier aus diesem Abwärtstrend perspektivisch nach einer Seitwärtskonsolidierung in einen Aufwärtstrend übergehen. Ja, gerade weil auch Amazon gesagt hatte, wir schießen kein weiteres Kapital nach. Wir haben schon genug investiert. Ist ja auch eine harte Linie, die man da fährt. Das auf jeden Fall. Von daher ist man vielleicht froh, wenn man jetzt auch weitere große Anteilseigner hier mit an Bord hat entsprechend und nicht nur von Amazon hier abhängig ist, weil die schauen sich natürlich auch bei der Konkurrenz vielleicht um und wenn es mit Rivieren nicht so rosig weitergeht. Und da ist es natürlich gut, wenn man jetzt gerade auf der Technikseite da einen starken Partner hat, weil man will ja gerade in diesem Bereich auch ein gemeinsames Forschungslabor gründen und dann vielleicht auch Innovationen weiter gemeinsam vorantreiben. Ja, die Community ist da sehr aufmunternd und sagt, vielleicht holt sich Amazon dann den ID-Bus als Liefertransporter von VW. Ja, schauen wir mal. Ist durchaus eine Möglichkeit. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen nochmal mit einem Unternehmen die nächste Woche, mit der Constellation Brands, weil das auch eines der wenigen Unternehmen ist, die überhaupt noch Quartalszahlen melden. Die Quartalssaison nähert sich dem Ende und zudem gibt es am Donnerstag ja auch einen Feiertag in den USA, den Independence Day. Ganz genau. Fourth of July, Independence Day. Von daher haben wir nur vier Handelstage in dieser Woche und nur ganz, ganz wenige Quartalszahlen. Und Constellation Brands wird am Mittwoch vorbörslich vermelden. Entsprechend ist auch aktuell in der Konsolidierungsphase hier. Weiterhin muss man sagen, auf der Oberseite die Hürde, die sich zu nehmen gilt, liegt bei ca. 270, 275 Dollar. Und ja, da muss man schauen, ob hier nach den Zahlen vielleicht auch in die eine oder andere Bewegung, in Richtung eine größere Bewegung erfolgt. Und ja, ist da vielleicht sich nochmal lohnt, auf einen größeren Impuls zu spekulieren. Nach einem sehr, sehr starken Jahr 2020 und 2021 sind wir jetzt doch 2022 und 2023 in der längeren Konsolidierung, aber weiterhin auf hohem Niveau gefangen gewesen. Und jetzt muss man schauen, ob hier auf der Oberseite der nächste Impuls folgt oder ob die Aktie nochmal zurückkommt. Auf jeden Fall aktuell eher neutral zu werden. Und dann warten wir vielleicht auf Impulse von den Quartalszahlen. Ja, und auch eines der Werte, die in den letzten sechs Monaten ja sich dann doch recht gut halten konnten. Und damit sind wir hier auch schon bei 30 Minuten und beim offiziellen Ende des Teils angekommen. Offiziellen Ende des Teils, genau. Weil wir nämlich auch noch Fragen beantworten aus der Community. Wer das selber erleben möchte und Fragen hat, schaltet gerne nächste Woche Montag wieder ein. Ansonsten sagen wir schon mal, eine erfolgreiche Handelswoche. Ja, wünschen wir allen eine erfolgreiche Handelswoche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.